Und so bist du heute Abend hierher gekommen, um dich vom Licht berühren zu lassen und um dich vom Licht erleuchten zu lassen. Du bist hierher gekommen, weil du unbewusst diesen Impuls empfunden hast, zuzuhören und diesen Impuls gefolgt bist. Und so werde ich nun für die Gruppe von Menschen, welche heute hier in diesem Moment anwesend ist und auch für jeden Einzelnen, der später hinzukommt, eine Reinigung durchführen. Und so beginnt die Energie der Reinigung zu fließen. Sie fließt, beginnend von deinem Kronenchakra, von oben nach unten durch dich hindurch. Spüre, wie die Energie durch deinen Körper fließt. Spüre, wie alles in Licht transformiert wird, was du trägst. Und lass es zu. Lasse dich dabei so tief fallen, wie es möglich ist. Denn die Energien reinigen dich, all deine Chakren und deine Aura. eine Läufe, wie es möglich ist. Betaus steckt, dass du versuch einen 天 Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun, nun werde ich dein mentales Feld reinigen, von negativen Gedanken, von hindernden Energien aus dem Kollektiv. So reinige ich dein mentales Feld voller Kraft und voller Licht. Gebe mir die Erlaubnis, dass ich dies tun darf. Und in dem Moment fließt reinigende Energie durch deinen mentalen Trichter, nimmt Anhaftungen mit, entfernt Strukturen, welche dort hinderlich sind. Und es geschieht jetzt. Gebe mir die Erlaubnis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun reinige ich dich, dein emotionales Feld, von allen Gefühlen der Angst, aus dieser und aus früheren Inkarnationen, alles wird in Licht transformiert und es geschieht jetzt. Und nun reinige ich dich, dein emotionales Feld, von allen Gefühlen der Angst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Negative Energien fließen ab. Alles wird genommen, was für dich hinderlich ist. Und jetzt führe ich eine Grundreinigung für euch alle durch. Um all das, was sich zusätzlich noch gelöst hat, in Licht zu transformieren. Und jetzt streiche ich. Und jetzt streiche ich. Die Aura glatt und du kannst langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Die Reinigung ist geschehen, die Ausrichtung auf das Licht wurde vollzogen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!